Hallo, ich bin Katja und bin 12 Jahre alt und habe eine Zahnspange in Form von Invisalign-Schienen. Meine Freundinnen haben ziemlich viele Probleme mit ihren festen Zahnspangen. Schon beim Ankleben oder Einsetzen gab es da Probleme, weil das relativ lang gedauert hat. Bei mir war das überhaupt kein Problem. Ich musste nur einmal die erste Schiene testen und dann konnte ich eigentlich alle direkt mit nach Hause nehmen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schmerzen, weil es natürlich komplett ungewohnt ist, erstmal so eine Schiene in seinem Mund zu tragen, die man eigentlich gar nicht kennt. Aber nach einer gewissen Zeit ist es überhaupt kein Problem mehr. Nach zwei Wochen habe ich dann schon die nächste Schiene einsetzen können und das geht echt super schnell und ist gar kein Problem. Bis zum nächsten Mal.